Ich habe hier jetzt eine Taschenlampe gebaut. Die, die ihr gerade im Bild seht, ist eine Cree Einmal-LED mit ungefähr fünf bis zehn Watt. Tausend Lumen, also zehn Watt. Die hier ist eine dreifach Cree-LED-Lampe. Ungefähr 30 Watt. 3000 Lumen, wenn man hochkommt. Die hier ist eine 200 Watt LED-Lampe. 200 Watt Lichtpower. Die schluckt bei 24 Volt, ganze 6 Ampere, äh, ne, warte mal, bei 34 Volt 6 Ampere, so rum. Ja, kommt hin. Okay, jetzt mal hier gucken. Die Lampe hier geht so weit. Die geht jetzt ungefähr, also ich kann bis zu dem Haus dahinter sehen. Das sind 53 Meter. Mach ich die mal aus. Mach mal meine hier an. Die geht jetzt schon mal ein bisschen weiter, so ungefähr 200 Meter. Die ist halt auch stark fokussiert. Also ich sehe hier nur ein großer, runder Punkt. Außen ist alles dunkel. Und jetzt mache ich hier mal die große an. Die wiegt auch zehn Kilo. Ne? Der Schalter ist noch ein bisschen schwergängig. Ja, das ist ein Unterschied. Das Haus da hinten ist, gut geschätzt, 100, 150 Meter entfernt. Wenn ich jetzt so gucke. Ja, das ist schon geil. Geil. Das ist schon ein riesen Strahler. Da hinten ist noch so ein Kirchturm, wenn man da genau hinguckt. Ja, da geht was. Lichtleistung ungefähr 18.000, 17.000 Lumen auf 90 Grad gebündelt. So. Nochmal einfach gleich, die dreifach. So. Hm, toll. Die geht zwar ein bisschen weiter, aber wenn ich jetzt hier reinzoomen, ja, die kommt da schon an die Grenzen, wo die andere noch leuchtet. Da ist noch was drin. So. Baupläne. Ups, was ist jetzt? Der Schalter. Na, der Schalter nur. Die muss ich irgendwie anders betätigen. So. 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 Vielen Dank.